Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic Und willkommen zurück beim Projekt 1993 Jeep Wrangler Jurassic Park Edition Ihr seht ich habe offscreen hier schon nochmal ein paar Modifikationen vorgenommen Ich habe die Stoßstange vorne ein bisschen tiefer gelegt Weil das tatsächlich hier doch einen gewissen Abstand hat zwischen dem Schutzblech hier für die Räder Und der Stoßstange vorne mit der Winde Da gibt es doch einen gewissen Abstand Und was mir auch aufgefallen ist, was ich auch nochmal demnächst offscreen machen werde Ich muss das Fahrzeug doch nochmal mindestens eine Blocklänge breiter machen Da muss hier noch eine Blocklänge dazwischen sein Sonst finde ich, sieht das ein bisschen komisch aus Es sieht ein bisschen zu schmal aus tatsächlich Das muss ich unbedingt auch noch verändern Und ja, das mache ich aber offscreen Wie gesagt, das ist hier sonst zu aufwendig Das wird sonst zu lang alles Ich werde jetzt einfach erstmal am generellen Design Und an den generellen Funktionen weiterbauen Und das breiter machen Das mache ich dann mal offscreen, wie gesagt Ich habe jetzt hier auch nochmal Das könnt ihr hier so ein bisschen schon sehen Stoßdämpfer eingebaut Weil ich festgestellt habe, dann ist es leichter Die Räder anzubringen Weil ich habe nämlich das Problem Diese Schutzbleche hier über den Rädern Die sind ein bisschen sehr tief Und wenn ich dann die Räder ablöschen sollte Aus irgendeinem Grund Kann ich die Räder nicht mehr dran platzieren Wenn ich aber das Ganze an Stoßdämpfer ranmache Und die Stoßdämpfer dann so ein bisschen einsinken lasse Durch das Gewicht des Fahrzeugs Kann ich wieder die Räder ganz normal dran setzen Und dann passt das Und dann haben die auch den richtigen Abstand Zu dem Blech, den sie auch haben sollen Und deswegen habe ich das jetzt so gelöst Das ist die bessere Lösung Hier sehen wir Da ist das Ganze noch nicht Genauso wie auf der anderen Seite Das müssen wir jetzt auch noch erledigen Was ich aber vorher euch noch zeigen möchte Ist was anderes cooles Und zwar hat der Jeep Wrangler Ja drumrum oben So ein Gestänge So ein, wie sagt man Überrollbügel eigentlich Und das wollte ich jetzt mal aufbauen Und zwar nehme ich dazu diese Teile Und ihr seht schon Das ist im selben Winkel ausgerichtet Wie die Windschutzscheibe Und genauso ist es nämlich beim Jeep Wrangler auch Und das macht aus meiner Sicht Viel von dem Charakter des Fahrzeugs Wieder mal aus Dass wir diesen Effekt quasi So ein bisschen duplizieren Ja, dass das so ein bisschen genauso aussieht So ein bisschen genauso vor allem Ist auch sehr schön formuliert wieder Ja und deswegen baue ich das jetzt so Ich werde jetzt mal gucken Äh, hier muss ich doch noch mal was weglöschen So, hier müssen wir genau Müssen wir jetzt die Stange Wieder auf der anderen Seite platzieren Wir machen das gleich mal beidseitig Weil nur so kann man beurteilen Oh, wartet mal Da hinten sehe ich gerade Da ist eins von den Teilen Was weggebackt ist ursprünglich Die löschen wir mal weg Weil ich habe nämlich hier mal So ein paar Teile abgelöscht Da sind auch ein paar Teile runtergefallen Und die sind immer so Durch den Boden gebackt Und die scheinen dann jetzt immer mal So an anderer Stelle wieder aufzutauchen Hier in dieser Flatworld Das ist sehr lustig Ich glaube ich muss das Fahrzeug Auch demnächst mal speichern Auf dem Lift Weil ich irgendwie das Gefühl habe Dass das noch häufiger passieren könnte Und dass es vielleicht dann eine gute Idee ist Das Ganze nicht unbedingt Ähm, ja, hier so fortzusetzen In dieser Welt Wo schon so viele Teile durchgebackt sind So, jetzt will ich mal gerade gucken Wie kann ich das jetzt machen Dass ich hier eine T-Kreuzung habe Gibt es hier eigentlich so T-Kreuzungsteile Von diesen Rohren? Ne, gibt's gar nicht, oder? Ich glaube nicht Ich gucke jetzt mal Ob die kleinen Rohre Da drauf passen Die Standardrohre Die hier Passen die da drauf Kann man die da benutzen? Ja Guckt mal Wie toll das ist Dass das aneinander passt Das ist sehr schön Das ist sehr erfreulich Und ich sehe gerade Ha, ich brauche da sogar andere Moment Ich brauche da Wie gesagt Das ist ja ein Überrollbügel Ich brauche da diese Denn wir brauchen auch noch eine Verbindung Nach innen Die sich nach innen dreht So, genau Und dann Genau Können wir jetzt eigentlich An der Stelle Noch andere Teile benutzen Und zwar auch nochmal Mod-Teile Diese hier nehme ich Das ist auch die Die wir auch schon beim Ford Explorer benutzt haben Weil es gibt hier dann doch schon So ein bisschen so einen Balken Ja Das ist schon auch nicht komplett rund Und das möchte ich gerne auch so versuchen So nachzubauen Wie das halt auch beim Jeep Wrangler Entsprechend Vorhanden ist Und insbesondere bei der Jurassic Park Edition Genau Dann gehen wir hier mit dem Knick einfach Obwohl Moment Da können wir eigentlich ja doch Die Standardkurve verwenden Bei den Rohren Moment Wo ist sie? Hier Ich ziehe das jetzt einfach mal Hier hin Wo der Standardblock ist Den brauche ich jetzt gerade eh nicht Genau Dann machen wir das nämlich so So Und dann nehmen wir wieder Diese Teile Und führen das Ganze Vorne zusammen Wenn ich die da dran gesnappt kriege Mal gucken Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ach schade So würde es gehen Aber so sieht es auch irgendwie ein bisschen komisch aus Wisst ihr was? Da machen wir mal eine normale Stange hin Nur so eine Würde ich sagen Ja das passt Guckt mal Das geht Denn man kann ja Den Jeep Wrangler Den Jeep Wrangler auch mit einer Plane versehen Hinten Und dann ist das quasi verdeckt Das hat ja der Nedry gemacht Als es geregnet hat Damit er da nicht nass wird drin Und ja am Ende wurde es ihm zum Verhängnis Weil er den die Lofosaurus nicht bemerkt hat Der dann auf ihn wartet da drin Und ja genau Das ist aber eigentlich eine coole Möglichkeit Um das Fahrzeug nochmal so ein bisschen Ja Mit Gegen die Umwelteinflüsse so ein bisschen Zu schützen Und auch das Innere des Fahrzeugs So Genau Jetzt bauen wir hier noch ein Stück nach hinten So Und das ist nämlich wie gesagt Für mich auch mit eines der wichtigsten Aspekte Bei so einem Jeep Diese Gestänge Dass das halt gut aussieht Das muss wirklich Das muss wirklich originalgetreu aussehen Und deswegen machen wir da Jetzt gehen wir da an der Stelle Jetzt auch nach unten so ein bisschen Wartet mal Was mich da gerade auch nochmal interessiert Wenn ich jetzt von da aus Mit der etwas längeren Stange nach unten gehe Das sieht sogar noch originalgetreuer aus Merke ich gerade Und dann hier so nach unten Moment Jetzt bin ich hier in die falsche Richtung abgeknickt Moment Da muss ich mal gucken Ja ich muss nämlich So genau nach hinten gehen Wunderbar Ja das ist perfekt Genauso ist dieses Gestänge Und wir kommen sogar genau hier unten wieder an Und da machen wir jetzt einfach eine gerade nach unten Und dann passt das Nicht schlecht Das sieht richtig gut aus Das sieht wirklich original aus Ohne Witz I shit you not Deswegen machen wir das jetzt hier auch mal so an der Stelle Mit dem selben Teil Cool Dann gehen wir hier noch eins runter Und dann hier an der Stelle müssen wir wieder gucken Dass es richtig gedreht ist Was nicht immer so leicht ist Aber jetzt Genau so Und dann So Wunderschön Das ist das Gestänge Vom Jeep Wrangler Nicht schlecht Es sieht wirklich sehr originalgetreu aus Wenn ich das mal sagen darf Also mir gefällt das jetzt schon Ich meine das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr massiv Wenn ich das hier so sehe An der Stelle da Aber Ja man könnte das zum Beispiel noch nach innen drehen Ich glaube das ist fast noch besser Mal gucken Wenn wir das da so ein bisschen reindrehen Nach innen Ja ich glaube das passt besser Wenn wir das nach innen drehen Sieht besser aus Wenn man außen noch diese Rundung erkennt Ist das glaube ich besser Ja das fügt sich irgendwie besser ein Als wenn das so nach oben steht Da sieht das irgendwie so komisch aus Wie ein Hut der mal anders aussehen sollte irgendwie Oder wie so ein Hutkante Die gar keine ist Wenn ihr versteht was ich meine Sieht irgendwie seltsam aus So Das sieht besser aus Auf jeden Fall sieht das besser aus Würde ich sagen So Geil 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 Das färben wir jetzt gleich mal noch ein Weil dieses ganze Gestänge drumrum Ist so mehr oder weniger Schwarz Zumindest bis zu diesem Punkt hier Hör wieso ist das da so komisch halb eingefärbt Seht ihr das hier Das ist so komisch halb eingefärbt Warum das denn Das ist doch ein Standardteil Das verstehe ich jetzt aber nicht Muss ich sagen Das ist wieder mal eines dieser Mysterien von Scrap Was da passiert So Dann machen wir hier schwarz Da schwarz 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 Sind alle meine Farben Aber schwarz ist ja eigentlich keine Farbe So Mal gucken Und dann brauchen wir ein beige Weil hier hinten der Teil ist eher beige Und nicht schwarz Das ist auch nicht wirklich beige Was ich hier habe Das ist mehr so ein Dunkles Mattes Orange Aber eine bessere Farbe Gibt es da an der Stelle auch nicht Um das zu bekommen Diesen Effekt Genau hier müssen wir noch schwarz Färben an der Stelle Ja das passt So den Rest hier rum Da sind noch so ein paar Standard gefärbte Blöcke Die machen wir mal gleich auch mit Grau würde ich sagen Damit das hier noch ein bisschen besser aussieht Insgesamt Damit wir den Eindruck noch ein bisschen bekommen Von dem Fahrzeug Weil das ist ja immer ganz wichtig Dass ihr auch gleich immer ein bisschen Eindruck bekommt Wie die Fahrzeuge auch mal aussehen sollen Das ist ja richtig Wichtig sozusagen Richtig wichtig Genau das sieht gar nicht schlecht aus Guckt mal Also das sieht schon wirklich Nach dem Jurassic Park Jeep aus Wie gesagt Wenn er noch ein bisschen Noch breiter ist Und nicht ganz so schmal Dann passt das glaube ich Auch ganz gut So Jetzt geht es aber erstmal weiter Wie gesagt Wir müssen hier auf der Seite Noch das Rad verbessern Da ziehe ich mir gleich mal Alle Blöcke rein Die ich dafür brauche Und zwar brauche ich Die Surface Panels Ich brauche dieses Surface Panel Ich brauche dieses Surface Panel Das brauche ich auch noch Und ich glaube Das war es auch schon Dann am besten noch Den Standard Lightways Block Den können wir uns auch noch reinziehen Hier So Und dann müssten wir eigentlich alles haben Das hier muss ich wegblicken Das passt sonst so nicht Und genau Dann müssen wir uns mal ein bisschen An der anderen Seite orientieren Wie habe ich das hier gemacht Das sind Standard Blöcke hier Die habe ich einfach da drüber gezogen Ah jetzt ist es natürlich hier Ein bisschen schwer da reinzukommen Machen wir es mal von hier Genau Hier sehe ich schon den ersten Fehler Den ich gemacht habe Ich habe hier irgendwie Unnötigerweise Das Ganze etwas falsch angebracht Muss man mal gleich Beheben an der Stelle So Moment Da machen wir das mal so Hier oben kommt so ein Standard Block rein Hier hin Oder Ja doch ich glaube schon Müsste eigentlich so sein Das kann ja hier auch weg Oh So war das nicht gedacht Aber so ist das gedacht Und genau Dann Bauen wir von hier Nach innen Ein Abgeschrägtes Teil rein Das muss ich nochmal gerade gucken Passt das auch Ja das passt Sehr gut Da oben drüber kommt so eine Platte hin Oh so nicht Ja so genau Genau so ist das richtig So muss das sein Und dann Muss ich jetzt mal gucken Wie habe ich das jetzt auf der anderen Seite Angebracht das Rad Genau da brauchen wir nochmal Diese Mod Bearing Und diese Mod Bearing Wie gesagt Da gibt es eine Besonderheit Und zwar Wenn wir mal Rollover machen Max Strengths Equals 7 On the Standard Sport Suspension Better Adjustable For Leiter Vehicles Was bedeutet das Wenn wir hier Eine Maximalstärke einstellen Bei der Bei dieser Bei diesem Stoßdämpfer Sozusagen Das mache ich mal ganz kurz Also wenn wir das Teil Auf 20 stellen Dann entspricht das Dem Wert von 7 Auf der Standard Suspension Die so Also die so aussieht Die hat ja dann nicht Eine rote Farbe Die hat ja dann die orangen Farbe Ist ja die Standard Das heißt Wenn wir das hier nur Auf 3 oder so stellen An der Stelle Dann ist das total Ja Wenig Widerstands Fähig Also da wird wenig Druck ausgeübt Auf das Rad Sozusagen Wenig Widerstand Das heißt Ein leichteres Fahrzeug Was leichter ist Kann besser einsinken Auf die Bearing Ja dadurch Können auch leichte Fahrzeuge Auf die Bearing Drauf sinken Sozusagen Und so ein bisschen Nach unten gehen Und das hier ist ja Ein leichtes Fahrzeug Weil wir haben ja hier Eigentlich fast ausschließlich Lightways Blöcke benutzt Wahrscheinlich Wenn wir dann hier vorne Einen Motor noch einsetzen Da wird es wahrscheinlich Dann zwangsläufig Ein bisschen weiter einsinken Da müssen wir dann da Die Suspensions Ein bisschen stärker machen Weil wir dann Einen Heavy Waste Block An der Stelle haben Aber ansonsten Ja Ist das eigentlich Ein ganz gutes Teil Um den Effekt zu erreichen Den ich auch tatsächlich Erreichen möchte Und ich meine Diese Suspensions Die sind auch neu Die waren vorher Auch nicht da Also das sind auch Wieder neue Mod Teile Die Mods werden ja auch Immer regelmäßig aktualisiert Und ich meine Dass die neu Reingenommen wurden Ins Spiel Von den Moddern So Weil hier ist auch Ihr seht Da sind noch einige Sachen Dazugekommen Die vorher auch nicht da waren Und ja So ist das Also auch das Wird immer aktuell gehalten Sehr erfreulich An der Stelle So jetzt brauchen wir Noch mal die Räder Und ich vergesse auch Immer wieder Welche Räder Ich da genutzt habe Ich glaube Es waren diese hier Ja Und jetzt seht ihr hier auch Warum ich das so gebaut habe Weil jetzt nämlich Die Suspension Wenn ich das auch Auf dem Lift habe Nach unten ausgefahren ist Immer Und dadurch kann ich Ganz leicht die Räder Da dran setzen Das ging nämlich Vorher nicht so gut Da sind die immer So ein bisschen Unter die Bearing gerutscht Weil da kein Platz war Oben Oben drüber Und das war Ein bisschen blöd So jetzt wollte ich Genau das Färbentool Noch mal benutzen Und das Rad Gleich mal wieder Rot einfärben Und die Bearing Ja tricky Einmal hier hin Einmal hier hin Einmal hier hin Und da hinten Kommt keine ran Stattdessen Kommt da hinten Diese Platte ran Komm schon Dreh dich Genau so Dann so Die Zwischenräume Füllen wir gleich aus Das kommt hier hin Das kommt hier hin Dann brauchen wir Oben Genau diese Blöcke Sind die auch an der Richtigen Stelle Ja da bin ich mir Gerade nicht sicher Die sind glaube ich Nicht an der Richtigen Stelle Weil ihr seht es ja Die sind so ein bisschen Die snappen eher An diese Blöcke ran Ihr seht es Da ist so ein bisschen So eine Rille Und das ist hier Auf der Seite Nicht Ich frage mich halt Ob es fürs Fahrgefühl Oder fürs allgemeine Fahrverhalten Des Fahrzeugs Besser ist Wenn diese Blöcke Ein bisschen weiter Oben angebracht sind Aber wir probieren Das jetzt einfach mal So wie es auf der Anderen Seite auch ist Wenn es ein Problem Gibt beim Fahren Muss ich es halt Anders lösen So bis wir das Eingedreht haben Vergehen immer Drei Tage Genau so Wunderbar Das passt So und jetzt Füllen wir da Die Lücke auf Und wir füllen Da die Lücke auf Dann füllen wir Da die Lücke auf Und da Füllen wir da Die Lücke auf Genau jetzt müsste es Eigentlich genauso sein Wie auf der Seite hier Perfekt Das sieht ganz so aus Ja 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 Aber eigentlich Ja doch Es sieht gut aus Es sieht erstmal gut aus Für den Für den Anfang Sieht es ganz gut aus Und ich muss sagen Wir haben In der Folge Auch schon wieder Recht viel geschafft Wie gesagt Ich möchte am liebsten In dieser Woche Mit diesem Jeep Wrangler Projekt auch durch sein Weil ich möchte Nämlich auch gerne Den Fleetwood Van Bauen Aus The Lost World Jurassic Park Dieses Fleetwood RV Das benutzt wurde Das benutzt wurde Als mobiles Einsatzlabor Von den Ingen Gatherern Hießen sie glaube ich Und Ja Also von Malcolm Und seinem Team Quasi Im zweiten Jurassic Park Film Und das würde ich gerne Und das würde ich gerne Noch umsetzen Und das wird dann Sozusagen das Erstmal letzte Jurassic Park Projekt glaube ich In dieser Reihe Danach wollen wir mal Wieder ein bisschen was Am Zug machen Und ich schätze mal Das wird auch noch eine ganze Weile dauern Bis es soweit ist Es sind ja Noch mindestens Vier Wochen Bis es soweit ist Also nach der Gamescom Schätze ich mal Irgendwann kann ich dann Wieder beim Zug weitermachen Für alle die Die es interessiert Aber ich würde sagen An dieser Stelle Ist jetzt erstmal Diese Folge zu Ende Ihr seht Das sieht jetzt schon Ziemlich gut aus Kann sich richtig sehen lassen Eigentlich Dieses Fahrzeug Jetzt schon Und es sind natürlich Noch ein paar Details offen Und wie gesagt Eigentlich müsste ich es Auch nochmal breiter machen Vielleicht mache ich das Dann auch in der nächsten Folge Dann mache ich das nicht Offscreen Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann Ciao Ciao